So, jetzt geht es weiter, kommst du einfach schon mal nach vorne mit Rechner und sowas. Gleich anschließend geht es um das Thema Drohnen, was die Gefahren sind, Deutschland, weltweit und sowas. Wir haben da auch bei der digitalen Gesellschaft ein bisschen drüber diskutiert und es ist nicht ganz so simpel. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt kommt und ich hoffe, wir haben nachher auch eine nette kleine Diskussion. Du sagst, wenn du soweit bist, sieht gut aus oder noch nicht. Einfach wieder zehn Minuten. Wir haben hier, glaube ich, noch so ein paar Stühle für die da hinten sitzenden. Hier vorne und ja, los geht's. Vielen Dank. Zehn Minuten to go. Die Drohnendebatte. Was hat die mit Digitalpolitik zu tun? Die Drohnendebatte ist ein klassisches Beispiel dafür, wie sich eine Technologieentwicklung, die sehr viel im digitalen Raum an Repräsentanz hat und die auch uns sehr direkt angeht, nämlich die Entwicklung von Drohnen, plötzlich anfängt, so für andere Politikbereiche sehr relevant zu werden. In dem Fall halt tatsächlich militarisierte Außenpolitik. Kurzabriss, worum geht's eigentlich? Eine Drohne heutzutage besteht quasi aus einem ferngesteuerten Flugzeug. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Kontrolle entweder über eine Funkverbindung vom Boden, das ist dieser rote Pfeil, oder über eine Funkverbindung über einen Satelliten, das ist der gelbe Pfeil. Rechts sieht man, wie so eine Satellitenschüssel in so einer Drohne aussieht. Die schwenkt dann halt jeweils immer mit, je nachdem, wo sich die Drohne relativ zum Satelliten befindet. Die Drohne selber ist heutzutage halbautonom. Das heißt, die wird halt nicht mehr komplett ferngesteuert. Also es heißt, es ist halt nicht mehr so, dass der da am Knüppel rüttelt in seiner Drohnenzentrale und dann fliegt die irgendwo hin, sondern die kriegt Befehle, die abstrakt sind. Mal so einen Überblick darüber, was ist so ein typisches Drohnenhersteller-Produktportfolio? Das ist in diesem Fall die deutsche Firma EMT Penzberg. Die machen so alles zwischen so kleiner Polizeidrohne da oben, die so 25 Minuten fliegt, die so ein bisschen besser ist als so die Hobby-Drohnen, die wir so basteln und so rumfliegen, bis unten halt zu diesen X13, die dann so sechs Stunden rumfliegen oder die Luna, die halt so zwölf Stunden fliegen und auch nochmal richtig Reichweite haben. Das ist, was die Bundeswehr gerade fliegt, ist eine israelische Heron. Die kann 52 Stunden in der Luft bleiben, womit wir auch schon beim ersten interessanten Unterschied sind zu bemannten Flugzeugen. So eine Drohne kann wirklich richtig lange da oben rumhängen. Die Reichweite 350 Kilometer ist dadurch bedingt, dass die keinen Satellitenablink hat. Das heißt, die wird halt vom Flugzeug aus oder von Bodenstationen gesteuert. Das neueste Spielzeug der Bundeswehr ist der sogenannte Global Hawk. Das ist eine amerikanische Drohne, die nach NATO-Spezifikationen umgebaut wurde. Die hat 25.000 Kilometer Reichweite, ist also satellitengesteuert, passten knapp anderthalb Tonnen Abhörequipment rein. Also spezifisch ist die Modifikation der deutschen Drohne, also der Euro Hawk, darauf ausgerichtet, dass sie unter anderem auch Equipment zum Abhören von Funktelefonsystemen an Bord hat. Die dann auch schon mal über deutschen Luftraum getestet werden, im Übrigen. Die fliegen so fast 20 Kilometer hoch. Das heißt, von da aus sieht man halt quasi ein ganzes Land. So sieht so ein Ding von innen aus. Die geben sich manchmal auch Mühe mit ihren Risszeichnungen. Haben vorne halt eine große Satellitenschlüssel für die Kommunikation nach unten gerichtet. Sind Radar und Kameras. Oben eine fette Turbine, die das Ding antreibt. Und eine Flügel mit einer riesigen Spannweite. Das Ding segelt mehr, als dass es angetrieben fliegt, wenn es jetzt nicht gerade richtig Geschwindigkeit braucht. So sieht so eine Drohnenkontrollstation aus. In dem Fall ist hier eine Kontrollstation von einer Predator-Drohne. Also das ist so das Brot-und-Butter-Modell, was die Amerikaner fliegen. Wir sehen vorne halt die Bildschirme, wo die Piloten die Drohne, also die Kameras der Drohnen sehen. In der Mitte ist so ein taktisches Display, wo sie sehen halt, wo sind andere Drohnen, wo sind ihre Ziele, wo müssen sie hin. In der Mitte unten ist das Recording-Equipment, das heißt jeder Flug wird aufgezeichnet. Also sowohl Videosignal, als auch Audiosignal, als auch Feuerbefehle. Und dann davor sind halt so die Displays für die taktischen Parameter. Also wie liegt das Ding in der Luft, was ist gerade das Kommando, was ausgeführt wird. Das ist so der feuchte Traum von Herr de Maizière. Da ist die sogenannte Reaper. Das ist halt so die erste Drohne, die für den Bodenkampfeinsatz konzipiert wurde. Also abgeleitet von der bisherigen Predator-Drohne. Und da passt halt richtig Zeug drunter. Also die Bewaffnung kann halt bis zu 14 Hellfire-Raketen umfassen. Hellfire ist eine Rakete, die mal gebaut wurde, um Panzer zu sprengen. Und mittlerweile für so ungefähr alles verwendet wird. Oder halt vier von den Hellfires und zwei große Bomben. Das sind also lasergesteuerte Bomben, dazu halt jede Menge Kamera-Equipment. Das sind so die Dinger, die sie halt in Pakistan fliegen und in Afghanistan fliegen und in Südamerika fliegen, um gegen die Drogenkartelle vorzugehen. Und sowas will die Bundeswehr jetzt auch haben. Das sind dann halt so die Folgen davon. Halt so Bomben, die dann mal 14 Kinder oder 12 Kinder töten in Pakistan. Die interessante Frage, was ist denn nun eigentlich der Unterschied? So sieht so ein Blick aus so einem normalen Bomber-Cockpit aus. Sitzt einer drin, schmeißt Bomben ab. Worin unterscheiden die sich? Das hier ist das Equipment, was Piloten benutzen, wenn sie länger fliegen müssen, als sie bis zur nächsten Toilette brauchen. Was schon mal den ersten Unterschied klar macht. So eine Drohne kann wirklich lange in der Luft bleiben. Und der Ermüdungsfaktor, also dass der Mensch mal schlafen muss oder aufs Klo muss oder was essen muss, fällt halt nicht mehr ins Gewicht. Das heißt also, die Einsatzkonzepte der jetzigen Drohnensysteme sind darauf ausgelegt, dass permanente Coverage über einem Gefechtsfeld erzielt wird. Das heißt, wann eine Drohne alle ist oder betankt werden muss, dann ist schon die nächste da. Und das alles wird mit relativ kleinen Mengen Personal erledigt. Noch so ein Unterschied ist, so eine Drohne kann auch mal gecaptured werden. Hier haben wir ein Bild von einer amerikanischen Sentinel-Drohne, die die Iraner eingefangen haben. Wie ist bisher nicht ganz klar. Offensichtlich ist es ihnen gelungen, entweder die Steuerlogik zu manipulieren oder den Controlling zu übernehmen oder das GPS zu stören. Das heißt also, eine Drohne, wo keiner drin sitzt, also ein Flugzeug, wo keiner drin sitzt, kann eben auch mal vom Feind übernommen werden. Noch ein Unterschied ist die Menge an Technologie, die man da reinbauen kann. Das hier ist von der Projektwebseite des Projekts Gorgon Stair. Was die da tun, ist, die bauen da Instant Multiple Gigapixel Kameras ein, aus denen sie, wenn sie wollen, einzelne Videostreams rausholen können. Und sowas parkt man dann über einer Stadt. Das ist jetzt tatsächlich die Überwachungstechnologie, die in den nächsten paar Jahren eingesetzt wird. Das heißt also, das wird in einer Drohne, zum Beispiel in einer Hubschrauberdrohne oder auch in einer Starflüglerdrohne eingebaut. Die kreist dann über der Stadt und dann kann man beliebig zurückspulen. Das heißt also, man kann halt von jedem Fahrzeug, von jeder Person auf dem Boden sagen, wo kommt die denn eigentlich her? Und zwar beliebig lange. Das ist halt so mal so ein Blick darauf. Also die Bodenauflösung aus 6 Kilometer Höhe ist 15 Zentimeter. Das heißt also, man kann auch erkennen, was für ein Typ Autos es ist, welches Farbe es hat. Der Sensor ist Multiple Gigapixel. Da kommen wir gleich zu dem ersten Problem. Der Data Link, den wir da brauchen, ist halt eher breit. Und die logische Folge davon ist, naja, gut, okay, kaufen wir mehr Satelliten. Aber das geht halt nur begrenzt. Man kann halt, wenn man irgendwie über so ein Schlachtfeld wie Afghanistan halt ein paar hundert Drohnen zur selben Zeit am Einsatz hat, da geht einfach nicht genug Satellitenkapazität zu kaufen. Was ist die logische Folge davon? Man verlagert Intelligenz in die Drohnen. Und das ist auch genau das, worin der interessante und auch wichtige Aspekt dieser Bewaffnungsdebatte gerade liegt. Wenn wir uns viele Drohnen kaufen als Deutschland, dann sagen wir automatisch damit, wir steigen in die Automatisierung ein. In die Automatisierung der Zielfindung, in die Automatisierung der Bekämpfung. Und wenn man sich so anguckt, was so in verschiedenen Fraunhofer-Instituten und Universitäten stattfindet, wo an genau solchen Sachen geforscht wurde, zum Beispiel daran, Fahrzeuge über lange Zeit zu trecken und als böse zu identifizieren, weil sie bestimmten Mustern folgen, Panzer zu identifizieren und so weiter und so fort, dann ist die ideologische und technische Vorbereitung dafür schon lange im Gange. Also im Kern ist die Frage, wollen wir bewaffnete Drohnen? Die Frage, wollen wir bewaffnete Auslandseinsätze? Also darum geht es eigentlich so. Und zwar sagen die Befürworter, naja gut, dann kommen halt weniger deutsche Soldaten um, wenn wir halt irgendwie unsere Kriege im Ausland mit Drohnen führen können und demzufolge ist es politisch einfacher, Auslandseinsätze zu führen. Und man kann halt sagen, okay, das ist halt gut, weil irgendwie, keine Ahnung, wenn man in Mali unterwegs ist, dann rettet man ja Leben oder was sonst immer die aktuelle humanitäre Ausrede des Tages ist. Und genau diese Frage, wollen wir das oder nicht, hängt an dieser Drohnenfrage quasi kristallisiert. Haben wir den Wunsch, dass Deutschland in aller Welt unterwegs ist mit irgendwie hochgerüsteten Drohnen, ohne dass irgendwie ein ernsthaftes Risiko für das Umkommen von Bundeswehrsoldaten besteht oder sagen wir lieber, Deutschland sollte sich lieber mal raushalten? Was wir hier haben, ist übrigens ein Bild aus dem Kosovo. Herr de Maizière sagt halt gerade, er möchte gerne Drohnen möglichst schnell kaufen, bewaffnete Drohnen, um eben diese Einsatzfähigkeit zu erreichen, also um in der Lage zu sein, die Bundeswehr ohne Risiko einer von im Plassesack nach Hause kommenden Bundeswehrsoldaten einsetzen zu können. Und dementsprechend drückt er auch ganz schön auf die Tube. Der Widerstand kommt interessanterweise zum Teil auch aus der Union, also von CDU-CSU-Abgeordneten, wobei ich mir heute habe sagen lassen, dass der durchaus daherkommt, dass die deutschen Rüstungskonzerne noch keine richtigen bewaffneten Drohnenangebote haben, die schon funktionieren und deswegen bevorzugen würden, dass es noch zwei bis drei Jahre dauert, bis die Beschaffungsentscheidung getroffen wird, weil dann halt nicht amerikanische Modelle gekauft werden. Das heißt also, da muss man in der Debatte ein bisschen aufpassen, wer so die Verbündeten sind. Ein weiterer Aspekt der Drohnen-Debatte ist natürlich der Ansatz im Inneren. Was wir hier haben, ist halt so die typische Polizeidrohne, die sich halt jetzt nicht großartig von dem unterscheidet, was wir halt irgendwie so auf dem Camp liegen. Bisschen robuster, bisschen längere Flugzeug, bisschen bessere Kamera, aber jetzt erstmal noch kein dramatischer Quantensprung. Der kommt jetzt erst noch, nämlich dahingehend, dass Drohnen immer autonomer werden, dass halt die Befehle, die man diesen Drohnen geben kann, immer abstrakter werden. Momentan stellt man so eine militärische Drohne so, dass man sagt, okay, starten macht man noch so halb per Hand. Danach wird übergeben ans sogenannte Mission-Team. Das Mission-Team sagt, flieg mal da hin und dann flieg mal da eine Achterschleife und sieh mal zu, dass deine Kamera diese und jene Gegenden abdeckt. Und erst, wenn da irgendwas Interessantes ist oder wenn halt irgendwie eine Aufgabe kommt, wo man diese Drohne braucht, schaltet sich der Operator tatsächlich live auf die Drohne drauf und steuert zum Beispiel die Kamera per Hand oder löst zum Beispiel das Tracking der Kamera auf ein bestimmtes Fahrzeug per Hand aus oder löst dann halt die Rakete aus. Und das heißt also, die fortgeschritteten Drohnenteams der Amerikaner fliegen momentan vier Drohnen auf einmal mit einem Zwei-Personen-Team und die wollen gerne auf 16. Das heißt also, das Ziel ist halt immer weitere Automatisierung, wobei sie momentan betonen, der Mensch soll zumindest für die sogenannte Kill-Decision, also die Tötungsentscheidung, immer noch in der Loop sein. Das heißt also, das soll dann tatsächlich der Mensch machen. Die interessante Frage ist halt nur auf der Grundlage, welcher Daten tut er das und wie fällt er seiner Entscheidung und fällt er sie möglicherweise auf der Basis von Empfehlungen aus dem Computer, der eine Pattern-Analyse gemacht hat. Die Frage, wie passen wir denn so als Drohnenbastler da rein in dieses ganze Bild, ist natürlich eine kritische, weil klar ist natürlich, wenn wir jetzt überziehen mit der Kritik daran, dann sind wir die Ersten, die irgendwie nicht mehr fliegen dürfen. Das heißt also, die Frage der Forschungs- und Bastelfreiheit ist in dieser Debatte für mich durchaus auch eine sehr entscheidende. Zumal halt natürlich irgendwie die Furcht irgendwie, okay, wenn wir jetzt alle so eine kleine Drohne haben, dann spielen die wir uns alle gegenseitig aus, ist zum Teil berechtigt, zum Teil das ja auch Unsinn. Also wer es mal ausprobieren will, man kann so für 300 Euro sich ein sehr ordentliches Drohnenmodell bei Amazon kaufen, steuert man mit seinem iPad oder Android-Tablet, fliegt super. Ich zeige gleich noch ein bisschen Video davon während der Frage-Session, damit man sich mal einen Eindruck machen kann, was da so rauskommt. Nochmal kurz die Kernfragen der Debatte. Wie stehen wir zu Auslandseinsätzen? Wollen wir das, wollen wir das nicht? Wenn wir es toll finden, dann können wir auch bewaffnete Drohnen toll finden, vielleicht oder nicht. Die Frage der Autonomität und Automatisierung, wollen wir die Entscheidung und auch das Kriegführen immer mehr an unsere Maschinen delegieren? Wollen wir uns darauf verlassen, dass unsere Software gut funktioniert, dass der Gegner sie nicht irgendwie manipulieren kann, dass unser Pattern-Matching korrekt ist, was es meistens nicht ist? Die nächste Frage, die halt insbesondere natürlich im staatlichen Kontext debattiert wird, ist die Frage von Verbreitung und Kontrolle. Zum einen natürlich, welche anderen Staaten bekommen Zukunft diese Technologie? Stichwort Indien, China, Russland. Die alle schon Drohnen haben und auch schon bewaffnete Drohnen entwickeln, die sie in den nächsten Jahren einsetzen werden. Was passiert denn plötzlich, wenn nicht mehr die Amerikaner die Einzigen sind, die mit solchen Dingern rumfliegen und in irgendwelchen afrikanischen Ländern Leute umbringen? Oder auch in Südamerika oder in den USA? Die nächste Frage ist die Frage nach der ubiquitären Überwachung mit solchen Systemen wie Gorgon-Stair. Werden wir dahin kommen, dass es technisch möglich ist, dass zum Beispiel auch Strafverfolgungsbehörden das, was sie heute mit einem Hubschrauber machen, der dann mal irgendwo hinguckt, wenn sie denselben Hubschrauber über Berlin parken, wenn halt mal wieder eine Großlage ist und da so ein Gorgon-Stair-System drin ist, dann haben die quasi die Kapazität, da hätten sie 50 Hubschrauber am Himmel mit nur einem relativ unauffälligen, weit oben hängenden. Die Frage der Bastel- und Forschungsfreiheit, ganz eng damit verbunden. Die nächste Frage ist natürlich internationale Abkommen. Können wir möglicherweise als politische Forderung sagen, okay, wir wollen erstmal einfach keine bewaffneten Drohnen und wir wollen, dass es internationale Abkommen gibt, die echten, dass bewaffnete Drohnen eingesetzt werden. Einfach aus dem Grund, weil wir nicht sicher sein können, was die Folgen sein werden. Also eine der Folgen, die relativ klar und offensichtlich sind, ist, wenn diese Drohnen in quasi jedermanns Hand kommen, ist es möglich, spurenfreie Morde zu begehen. Also man kann dann halt Leute umbringen, die einem nicht in den politischen oder kommerziellen Kram passen, ohne dass klar ist, wer hat sie dann eigentlich umgebracht. So wenn man halt eine bestimmte Größe hat, also sagen wir mal ein Military Contractor ist und da weiß dann halt niemand von außer derjenige, der die Drohne programmiert hat. Ein möglicher Ausweg ist zum Beispiel so etwas ähnliches wie eine Kennzeichnungspflicht, also zu sagen, okay, jede Drohne muss eine Funkpark enthalten, die sagt, wem sie gehört und was ihr Auftrag ist und Drohnen, die solche Funkparken nicht enthalten, müssen halt von der Luftverteilung vom Himmel geholt werden. Noch ein kurzer Literaturtipp, das ist heute auf Deutsch von Daniel Surers Kill Decision, gibt einen schönen Ausblick darauf, was so passieren wird. Und während der Frage- und Antwort-Session zeige ich euch noch ein bisschen Video, wie so eine Airdrone aussieht. Super, herzlichen Dank. Bevor wir jetzt gleich zur Fragerunde gehen, wurde mir einmal eben kurz zugesteckt, das Problem ist mit dem Stream, dass ganz viele von euch auf dem Seabase Freifunk sind oder beziehungsweise hier eingeloggt. Könnt ihr da einmal kurz rausgehen, damit wir die Möglichkeit haben, dass die Leute, die nicht hier sind, es können gar nicht mehr so viele sein, weil irgendwie alle hier sind, aber die nicht in Berlin sind, dass die nochmal die Möglichkeit haben, uns zuzuhören und auch zuzuschauen. Und einmal die erste Frage an Markus. Ja, du hattest es schon mal leicht angesprochen. Wie gehen wir mit dem Problem um, dass halt auf einmal jeder theoretisch eine Drohne haben kann? Also im Moment sind es nur die Bastler, aber ich stelle mir so den deutschen Michel vor, der die letzten 20, 30 Jahre in seinem Einfamilienhaus irgendwie die Zäune und Hecken immer weiter höher hat wachsen lassen und auf einmal fliegt dann die Drohne vom Nachbarssohn über den eigenen Garten hinweg. Und das könnte ja schon irgendwie so ein bisschen Irritierung verursachen. Damit verbunden habe ich zuletzt mal das Interviewbuch mit unserem Verteidigungsminister Thomas de Maizière gelesen, wo er so auf zehn Seiten zur Netzpolitik befragt wird. Und er brachte das Beispiel, dass er die Debatte um Google Street View ja damals für total hysterisch fand, aber Google Irrs, das wäre ja ganz gefährlich, weil er kann ja in den Garten reingucken. Und insofern siehst du irgendwelche grundrechtlichen, verfassungsrechtlichen Fragestellungen, wenn jetzt demnächst die Polizei mit so Echtzeitdrohnen über uns her fliegen wird und wird Thomas de Maizière dagegen klagen? Also ganz ehrlich, da bin ich dann noch zu sehr Hacker und setze eher auf technische Lösungen. Weil letzten Endes, also wie gesagt, ich denke mal, dass so etwas wie eine Kennzeichnungspflicht auch für kleine Drohnen eine sehr sinnvolle Forderung ist, die halt eben auch dazu führen kann, dass man sich vergewissern kann, von wem kommt denn gerade die Drohne, die da gerade über die Hecke guckt. und möglicherweise wird es auch so etwas wie ein Grundrecht auf irgendwie persönliche Luftraumverteidigung geben. Ansonsten sehe ich da nicht so besonders viel, was man da tun kann. Ich meine, 300 Euro auf Amazon, so viel krasser geht es eigentlich nicht mehr. Und das ist genau so eine Drohne. Also ich fliege halt absichtlich relativ hoch mit dem Ding, aber du kannst halt auch auf 10 Meter damit fliegen. Also es ist halt vorbei an der Stelle. Hier geht es jetzt weiter mit jetzt. Oh, hi. Das Erste, was mir natürlich einfällt, ist, wenn es Tötungstronen gibt und wenn die Polizei die hat, einerseits und andererseits, wenn es da ganz viele Bastler gibt, warum gibt es denn noch keine Terroristen, die Drohnen haben oder haben sie vielleicht schon welche? Wie ist denn da das Bedrohungsszenario? Also es gibt, es gibt natürlich Terroristen, die in solchen Dingen forschen, behaupten die Sicherheitsbehörden. Sie können eigentlich quasi nichts gegen tun. Ich meine, was wir da haben, ist halt normale Modellflugtechnologie. Und die Technologie, die da drin steckt, was jetzt die Rechentechnik angeht, ist de facto ein Mobiltelefon. Das heißt also, du kannst dir eine Drohne bauen, die diese Flugagenschaften hat, de facto wirklich aus einem Mobiltelefon und ein paar Drähten und ein paar Motoren. So und vielleicht noch ein paar Treibern für die Motoren. So und das heißt, das Technologieniveau für, sagen wir mal, kleine leichte Drohnen ist halt so, dass es quasi keine Provisionsmöglichkeiten mehr gibt. Für große Drohnen, die halt entsprechend auch eine Menge Sprengstoff tragen könnten oder ähnliches, gibt es eine Menge praktische Probleme, die es bisher und bis auf weiteres, denke ich mal, eher in den Bereich von Nationalstaaten bringen, also tatsächlich militärisch einsetzbare Drohnen zu bauen. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist okay, was passiert, wenn man jetzt einen Schwarm von diesen kleinen Drohnen baunt, also die halt einfach irgendwie nicht besonders groß sind, die besonders schwer sind, aber jede 100 Gramm tragen kann. Und meine einzige Antwort darauf ist eigentlich nur, naja, normalerweise machen Leute sowas nicht. Weil sie könnten halt denselben Effekt möglicherweise auch mit irgendwie sehr viel einfacherer Technologie haben und ohne diesen Aufwand und ohne diese Vielzahl an Spuren, die passiert. Aber ob das so sein wird, keine Ahnung, werden wir sehen. Okay, noch zwei Fragen. Zwei Punkte. Erstens, Markus hatte vorhin gefragt, welche Szenarien es gibt. Ich glaube, 2004 gab es den Vortrag beim Kongress, wo zum ersten Mal da so eine Drohne rumgeflogen ist und da gab es ja auch dann Paparazzi-Drohnen und irgendwie die Abwehrdrohnen für die Haushalte, die sie sich kaufen konnten und so kann man sich das natürlich ausmalen. Jetzt ist meine Frage an dich. Wir argumentieren ja häufig über Transparenz und versuchen mit Transparenz Sachen irgendwo zu bekämpfen. Und gerade wenn ich an Drogen denke, sehe ich immer das Gefahrenpotenzial, dass die Anzahl von Mitwissern innerhalb einer Regierung sozusagen geringer wird. Die angenommen, es wird eine Operation irgendwo ausgefühlt, werden immer weniger Leute darüber in Kenntnis gesetzt. Das heißt, das Leaking-Potenzial wird geringer und eigentlich so die Hemmschwelle für irgendwas zu machen. Gibt es dort irgendwelche Tendenzen zu sagen, ja, es gibt so Transparenz-Offensive der Drohnenindustrie oder sollten wir eine Transparenz-Initiative fordern, dass jeder Sache automatisch mitgezeichnet und veröffentlicht wird im Nachhinein? Also, du hast vollkommen recht, es ist tatsächlich so, dass es gerade insbesondere für Verschwörer in Anführungszeichen innerhalb des militärischen und staatlichen Machtapparates sehr viel einfacher wird, Dinge durchzusetzen. Und wenn man diese Sachen ein bisschen konsequent weiterdenkt, dann kommen wir auch dahin, dass zum Beispiel die Polizei bewaffnete oder nicht tödlich bewaffnete Bodendrohnen einsetzt statt Polizisten gegen Demonstranten. Das heißt also, die Machtmultiplikation, die da entstehen kann, wenn halt solche Technologie einmal richtig entwickelt ist und keiner demokratischen Kontrolle unterliegt, ist erheblich. Und deswegen ist meiner Meinung nach der sinnvolle Weg halt zu fordern, dass es halt irgendwie ein internationales Abkommen gegen solche Dinge gibt, also dass die halt genauso geächtet werden wie andere Formen monetärisch an Polizeitechnologie geächtet werden. Und ich weiß, die Chancen sind momentan gering, weil alle Staaten gerade zu sabbern. Einer der Gründe ist halt dafür, dass die Kosten für eine konventionelle Luftwaffe mittlerweile so hoch sind, dass sich kaum noch jemand die leisten kann. Also die Kosten für so einen Eurofighter sind ungefähr Faktor 30 mal so hoch wie irgendwie für eine ordentliche Drohne. Und viel mehr kann der auch nicht außer ein bisschen schneller fliegen. Und das heißt, die Staaten sehen halt auch ein erhebliches Potenzial für Einsparungen. Und daraus folgt halt eben auch dann wiederum dieser Druck, der daraus, also der momentan da ist, dass halt versucht wird, den, ja, also die komplette Luftwaffe umzustellen auf Drohnen. Und damit halt natürlich auch die Entscheidungsgewalt in immer weniger Händen zu konzentrieren. Und wenn man sagt, okay, wir kriegen möglicherweise ein internationales Abkommen nicht durch, also wir schaffen es nicht, bewaffnete Drohnen international zu ächten und zu verhindern, dann muss man halt den nächsten Schritt zurückgehen zu sagen, okay, wir wollen Kennzeichnungspflicht, damit halt nicht irgendwelche unmarkierten Drohnen in irgendwelchen Wüstenländern Leute umbringen können, in der will es keiner gewesen sein. Der zweite ist, dass halt so etwas wie eine Transparenzpflicht für Einsätze bestehen muss. Das heißt also, dass halt Staaten deklarieren müssen, wenn sie Drohnen irgendwo eingesetzt haben, wogegen die sich mit Händen und Füßen wehren werden, weil die Geheimdienste haben da großen Spaß gerade dran, an diesen Drohnen. Und die dritte Forderung ist, dass es halt eben auch so etwas wie eine Deklarationspflicht über Technologiecapabilities gibt. Also dass halt gesagt wird, okay, wenn du Drohnen einsetzt, dann möchten wir bitte wissen, welches Modell es ist und was es kann, genauso wie es halt irgendwie in den Nuklearwaffensperrabkommen halt eine gewisse Pflicht gibt, zur Transparenz zu sagen, wie weit Karnierakete, wie weit fliegt die, was für Sprengköpfe kann sie tragen, wollen wir eigentlich wissen, was können diese Drohnenmodelle eigentlich, um zum Beispiel Limitierungen verhandeln zu können. Die Frage ist halt eben, ob das überhaupt funktionieren kann, also ob die Staaten nicht halt einfach ein viel zu großes Interesse daran haben, jetzt einfach so ein Free-for-all zu machen und viel zu spät aufwachen, nämlich genau dann, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, die Saudis oder die Sudanesen anfangen halt, amerikanische Senatoren in Texas irgendwie mit Drohnen, die von Mexiko aus kommen, umzubringen, weil sie gerade Spaß daran haben. Dann wird es interessant. Kann ich dich kurz noch mal unterbrechen, damit wir eine kurze Frage und eine kurze Antwort von dir bekommen, damit wir gleich weitermachen. Danke. Ich versuche es mal kurz zu machen. Fuh, du hattest ja vorhin diese Jaja Binks Lookalike-Bundeswehr-Drohne gezeigt, die irgendwie anderthalb Tonnen Überwachungsmaterial tragen kann. Die Frage, also es gibt halt diese Überwachungsszenarien und Angriffsszenarien, ich finde die aber durchaus auch praktisch für den nicht offiziellen Transport über Grenzen und ich weiß ja, dass irgendwie in Mexiko teilweise mit irgendwie Katapulten Dinge über die Grenze geschossen werden, gibt es da schon Szenarien, dass sowas, also wenn die Dinger 25.000 Kilometer weit fliegen können, da kann ich halt irgendwie alles relativ günstig von A nach B transportieren, ohne dass es irgendjemand sehen kann. Also die, also der, der Marktwert von anderthalb Tonnen Kokain liegt etwas über dem Anschaffungspreis von so einer Eurohawk, aber was in Mexiko schon gesehen wurde, sind umgebaute Ultralights, also Ultralights, die halt quasi als Drohnen gesteuert werden und in denen dann halt so irgendwie so ein paar Dutzend Kilo Marihuana drunter hing, ja natürlich passiert das, also ich meine, das ist halt vollständig normal, also dass so eine Technologie halt von den Leuten, die zu viel Geld haben und, ja sagen wir mal, relativ hohe Risikobereitschaft auch eingesetzt wird. Okay, vielen herzlichen Dank, bei weiteren Fragen können wir ja gleich noch machen. Ich mache mal während der Umbau von der Umbau,